Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ja Hero, Ja Mero Box von Mero. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja Hero, Ja Mero, das Ganze erscheint morgen am 15.03. Ich kann euch das Ganze heute schon vorstellen, und zwar in der Boxvariante. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier seitlich aufschneiden. Und dann kommen wir zur Box. Vorab, ich habe die Box zweimal bestellt. Einmal stelle ich sie euch vor, einmal lasse ich sie original verpackt liegen, denn die zweite Box könnt ihr gewinnen. Also, Gewinnspiel, Infos, was ihr dafür tun müsst, gibt es am Ende des Videos. Jawohl. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box und hier vorne drauf haben wir den Interpreten abgebildet. Mero in einer schwarz-weiß Fotografie. Darüber lesen wir Ja Hero, Ja Mero, der Albumtitel. Vielleicht kurz was zum Albumtitel. Das kommt aus dem Kurdischen und heißt so viel wie alles oder nichts, beziehungsweise alles oder tot, kann aber auch für Held oder beziehungsweise Held sein oder tot stehen. Hat viele Bedeutungen und ist sehr verbreitet, diese Redewendung. Hier oben haben wir dann noch einen roten Mero-Schriftzug, dann ganz klein einen Verbraucherhinweis. Rechts dann ebenso klein, lesen wir noch 428. Das ist die Postleitzahl von Rüsselsheim, der Heimat von Mero. Dann haben wir hier links und rechts ebenfalls wieder Mero stehen und hier unten nochmals die 428. Gut, ansonsten hier unten schwarz. Hier lesen wir den Albumtitel plus den Interpreten. Oben schwarz, links wieder Mero und Albumtitel und so sieht das Ganze dann auf der Rückseite aus. Hier lesen wir QDH und dann lesen wir Groove Attack Tracks, das Label über das das Ganze erscheint und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal ein Gewinnspiel, bei dem man sich registrieren kann. Dann einen Sticker, eine Autogrammkarte, einen zweiten Sticker, das Album an sich. Eine Powerbank, ein Trikot und ein Poster. Das ist eine reguläre Klappbox von innen, glatt weiß. Machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier diverse Inhalte noch in Folie sind, werden wir die mal rausholen. Und zwar haben wir hier einmal das Album eingeschweißt. Ist die Frage, ja am besten wahrscheinlich unten. Und das Trikot. Im Trikot brauchen wir kein Messer, das ist hier nur so zugeklebt. Sehr schön. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Standard-Jule Case mit rotem Balken auf der Seite. Dann haben wir hier wieder den Interpreten abgebildet. Mero mit halb verdecktem Gesicht. Und mit der anderen Hand wird auf uns gezielt. Da lesen wir auch wieder Mero und darunter den Albumtitel. Hier auf der Seite auch nochmal. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt zwölf Tracks an der Zahl. Und ein einziges Feature, das ist hier auf Track Nummer 11. In diesem Fall Brado Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, Booklet. Wir haben hier einmal die ersten Tracks aufgelistet. Inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Das Ganze in so einer Schwarz-Rot-Optik. Dann hier eine Fotografie von Mero. Weitere Fotos. Weitere Infos. Zu den Beteiligten dieses Albums. Dann hier die weiteren Tracks. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und zum Abschluss noch ein Skrrr. Okay. Sehr schön. Also, alle relevanten Infos hier im Booklet aufgelistet. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. In Schwarz und Rot gehalten. Und Rückseite Rot. Zwölf Tracks an der Zahl. Dann haben wir ein Gewinnspiel mit dabei. Also, wir haben hier einen quadratischen Zettel mit einem Gewinnspiel-Code. Hier lesen wir. Ja, Herro, Ja, Mero, Gewinnspiel. Registrier dich mit deinem Code bis zum 22.03. Und nimm am Ja, Herro, Ja, Mero, Gewinnspiel teil. Teilnahmebedingungen und Infos unter groovetectracks.com Okay. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Gewinnspiel geht. Aber das wird man sicher noch erfahren. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Hochformat. Die Abbildung wie auch auf dem Boxcover in Schwarz und Weiß. Hier mit Silbern im Stift unterschrieben. Also, hier lesen wir Mero 428. Wieder die Postleitzahl von Rüsselsheim. Das Ganze im Hochformat. Rückseite, wie ihr sehen könnt, blank weiß. Sticker haben wir zwei Stück an der Zahl. So kleine, quadratische Sticker. Einmal mit dem Album, Titel und dann einmal hier mit Mero 4 roter Häuserfassade. Ein Poster haben wir auch mit dabei. So sieht das aus. Wir haben hier ein schwarzes Poster im Querformat, einseitig bedruckt. Und auch hier wieder ist der Interpret abgebildet. So sieht das aus mit Jacke, Gucci-Umhängetasche vor schwarzem Hintergrund. Und das Ganze ist in einer Hochglanz-Optik. Also einseitig bedrucktes Poster, Querformat. Dann haben wir Elektronik mit dabei. Und zwar eine Powerbank. Powerbank. So, von innen jetzt leer. Okay. Und zwar haben wir hier eine gebrandete Powerbank. Hier haben wir einmal den Mero-Schriftzug. Darunter lesen wir wieder Groove Attack Tracks. Rückseite glatt schwarz. So sieht das aus. Hier lesen wir dann noch Kapazität und Stromstärke. Und dann haben wir die Anschlüsse. Also wir haben hier einmal einen Knopf zum Ein- und Ausschalten. Und dann haben wir hier links die Anschlüsse. Und zwar haben wir einmal USB und einmal, das dürfte ein Micro-USB sein. Jawohl. Also je nachdem. Okay. Das sollte wahrscheinlich drinnen bleiben. So. Also je nachdem, welchen Anschluss ihr bevorzugt, könnt ihr dann natürlich die Powerbank aufladen. Beziehungsweise euer Handy dann mit der Powerbank aufladen. Und dabei hilft euch dann dieses Kabel. Sehr schön. Gerade in der heutigen Zeit haben wir viele Leute Probleme mit ihrem Handy-Akku. Und der geht immer viel zu schnell aus. Mit dabei haben wir dann noch so eine Gebrauchsanweisung, die erspare ich euch an dieser Stelle. Und als letzten Boxinhalt haben wir ein Trikot. Und zwar sieht das so aus. In schwarz, grau und rot. In Camouflage-Optik. Hier haben wir einmal QDH mit drei Sternen darüber. Dann hier die Ärmel ebenfalls beschriftet. Und zwar der rechte Ärmel in diesem Fall mit Groove Attack Tracks. Der linke Ärmel ebenso. Und auf der Rückseite kommt dann zum Vorschein einmal Mero. Darunter die 428. Und hier dann auch wieder der Albumtitel Ja, Hero, Ja, Mero. Also, da könnt ihr dann mit der Rüsselsheimer Nummer herumlaufen und Mero Spielernamen. Und das Ganze ist One Size. Also in jeder Box die gleiche Größe. Und ist Made in Turkey und 100% Polyester. Ja, Grüße gehen raus. Wir packen das mal kurz wieder zusammen. So, und bevor wir zum Abschluss kommen, nochmal ganz kurz die Infos zum versprochenen Gewinnspiel. Wie gesagt, ihr könnt einmal diese Box hier original verschlossen gewinnen. Bedeutet, ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und zwar läuft das Gewinnspiel genau eine Woche bis zum 21.03. Nachdem wir heute den 14.03. haben, läuft das Gewinnspiel bis zum 21.03. Genau eine Woche um 23.59 Uhr wird das Ganze dann enden. Und am Tag darauf werde ich dann ein Video online stellen, wo ich dann mittels einer Software den glücklichen Gewinner ziehen werde. Ihr müsst nichts anderes tun, als einfach nur einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Was für ein Kommentar, das entscheidet ganz alleine ihr. Ob ihr euren Lieblings-Track schreibt, einfach irgendeinen sinnlosen Kommentar oder von mir aus auch, warum ihr die Box unbedingt haben möchtet. Das ist mir ganz egal. Wie gesagt, bis zum 21.03.23.59 Uhr habt ihr dafür Zeit. Und die Infos dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, falls das jetzt irgendwie zu schnell oder zu undeutlich war. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikotgröße One Size Camouflage Optik. Dann haben wir die Powerbank inklusive Kabel. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Dann die beiden Sticker hier, jeweils quadratisch. Die unterschriebene Autogrammkarte und der Code zur Teilnahme des Gewinnspiels. So wie natürlich das Album Jahero, Ja Mero. Das Debütalbum von Mero mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Jahero, Ja Mero von Mero. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mero unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.